Hallo und herzlich willkommen. Ich bin FrostLikeDog und das ist mein LikeVlog. Heute beschäftigen wir uns mit Stapo Müller, geborener Stapo. Seine Karriere begann in der Industrie. Er flog sich sein Imperium, war der bestaussehendste Texaner, zweimal. Katharischer Purkemeister, umgeschlagen, gleich neunmal. Doch dann fielen die Preise und damit sein Imperium. Was nun? Republikaner. Er ist einer von ihnen. Und doch befreundet mit Mr. Charleston, KrausLikeDog, Peter Kohlfeldt. Und sie alle vier schrieben Geschichte. Ich hoffe, ihr hattet auch heute wieder Spaß bei meinem LikeVlog. Und in diesem Sinne hoffe ich, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Und denkt immer dran, ihr könnt das auch.